Home-Map, also Habub von VK steht hier. Das ist No Chance und Huawa mit Golden Swamp. Okay. Interessant, interessant. Und lasst mich kurz die Racks runterladen. Und dann geht's direkt weiter. Ohne lange Umschweifer. Ich hoffe, die haben die in der richtigen Reihenfolge, so wie sie gespielt wurden hochgeladen, ansonsten muss ich ja mal gucken. Ach Leute, benennt doch einfach die Racks richtig. Was ist denn da so schwer? Gut, jetzt haben wir alle. Wir gehen ins Game. Game ist nicht benannt, field it, ja, oder? Er schaut auf die Uhr, ist aber spät, zack, sind wir bei dir. So. Okay, okay, ja, das ist natürlich okay. Also, erste Map ist Arabia. Gucken wir mal auf den SIF-Draft hier von den beiden. VK mit Mayans, Mongols, Hunnen, Sizilianern, Böhmern. Auf der anderen Seite Huaba mit Litauern, Azteken, Byzantinern, Berber und Italienern. Und wir wissen, die Home-Maps sind Habub und Golden Swamp. Also, ich denke mal, Italiener oder Bützen sehen wir auf Habub. Bei VK denke ich, Sizilianer oder Hunnen. Ähm, Entschuldigung, Italiener oder Bützen sehen wir nicht auf Habub, sondern auf, auf, äh, Golden Swamp. Bei VK denke ich, wir sehen Sizilianer oder Hunnen auf Golden Swamp. Wahrscheinlich eher Hunnen. Ähm, was wir auf Arabien sehen, vielleicht Mongolen, gegen Azteken, könnte ich mir vorstellen. Lasst uns reingehen in das erste Game. Ähm, erste Game Arab. Mal kurz gucken hier, das ist welche Gruppe. Das ist Gruppe G jetzt. Alles klar. Und wir sind in-game. Ich werde das bloß schon erinnern. Gruppe G. Alles klar. Wir haben in blau Huaba mit den Byzantinern. Okay. Oh, und hard countert quasi die Sizilianer. Dagegen von No Chance. Das ist wirklich ein ein ekelhaftes Civ-Match-Up für Huaba. Ähm, No Chance dafür ohne Woodline. Also, klar, er hat Forward-Woodlines hier, die kann er nehmen. Das geht. Hier hat er auch noch eine hinten, aber sieht irgendwie alles ziemlich offen aus. Besonders hier die Seite, auf der alle Steinspots, alle Goldspots sind. Ähm, okay. Ein Steinspot ist auch hier auf der anderen Seite der Karte. Also, da ist, äh, ja, da ist aggressives Play eigentlich geboten. Alle Goldspots auf einer Seite und auf der Seite ohne Woodlines. Das ist wirklich richtig, richtig hart. Schauen wir auf die Map von Huaba. Ähm, ja, er hat auch drei Woodlines, aber schon irgendwie, irgendwie angenehmer verteilt. Hat sein Gold hier Forward, das ist schlecht, an einem Hügel. Hat sein Stein hinten. Weiß nicht, wie wichtig das wird. Ich denke nicht so sehr. Bist du zufrieden mit deinem euren Turnier? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich bin eigentlich von Anfang an zufrieden, sowohl, als wir angefangen haben mit dem Map Pool und uns das auszudenken, dies, das. Also, ich war schon von vornherein zufrieden mit dem Map Pool und man hört auch immer wieder die Spieler und Zuschauer sagen, Map Pool ist geil, dies, das. Fetzt alles. Also, von daher bin ich da auf jeden Fall zufrieden. Dann mit den Spieleranmeldungen natürlich. Wir haben super viele Spieleranmeldungen gehabt, mehr als mit, womit wir gerechnet haben. Dann natürlich oberkrass, dass ACCM sich angemeldet hat, finde ich. Damit hätte ich auf gar keinen Fall gerechnet, dass sich ProPlayer anmelden, wo ich jetzt gar nicht die anderen irgendwie darunter stellen will. Aber es ist schon irgendwie noch mal so ein kleines Besonderes für mich zumindest, wenn ein ProPlayer sagt, ja, geil. Also, klar sagt er, easy money, greife ich ab, aber ist mir eigentlich egal, warum der mitmacht. Ich freue mich, dass er mitmacht. Und dann natürlich unsere Community-Legenden hier, Django, Holzi, auch von mir, die Leute, Tomsky, Dobby sind am Start, Veganer. Also, das ist schon witzig. Cool, dass wir auch zwei Brackets haben. Im oberen Bracket gibt es ja echt ein ziemlich hohes Niveau. Also, unter 1900 bist du ja gar nicht ins obere Bracket gekommen. Und wir haben sogar, ein Spieler, oder Duschhek, der ins untere Bracket gerutscht ist, der auch 1900 erreichen kann und halten kann, wenn er das möchte, wenn er genug ranked spielt. Also, von daher mit der Spielerqualität auch zufrieden. Und auch, was die Spieler angeht, wie das bisher ablief, bin ich auch zufrieden. Also, sowohl was Planung angeht, was Pünktlichkeit angeht. Okay, Django heute natürlich wieder ein Beispiel dagegen. Aber, war ja keine Absicht. Hat er halt vercheckt, passiert. Ja, also, da bin ich zufrieden, auch was die Spielqualität angeht. Also, wir haben spannende Spiele, wir haben spannende Serien, wir haben Comebacks, wir haben Underdogs, die was reißen, wir haben natürlich auch Favoriten, die was reißen, klar. Wir haben drunken Girlfriends, die hier reinspaziert kommen und Ärger machen und mein Gesicht beißen. Okay, krass. Alles gut? Ja. Ja, und von daher bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem Turnier bisher. Kann ich nicht anders sagen. Was kann man machen, dass ich noch zufriedener bin, fragst du? Also, fragst du nicht, aber ich beantworte es mal trotzdem. Ins Gesicht beißen, what the fuck, ja. Hallo, das muss so. Was sind das hier? Anti-Mädchen-Sachen? Okay. Ja. Weiß nicht, ob ich da einen Sub dalassen würde. Was mich noch zufriedener machen könnte beim Turnier wäre, wenn der Preispol noch ein bisschen steigt und wir Bet hier in Wikipedia erreichen. Und Frauen halt einfach mehr akzeptiert werden würden. Das auch. Das gehört auch einfach dazu. Das hat aber nichts mit dem Turnier zu tun. Wir haben auch Frauen im Turnier. Ist so. Ja. Erzähl das Race-Freak nicht mir. Ab jetzt, No Chance ist ab mit 20 Pop und wird wahrscheinlich Scouts gehen. Mit Sitzjahren keine Überraschung. Hat acht auf einer Woodline. Das finde ich nicht schön, ehrlich gesagt. Da sollte man auf zwei Lumbercamps aufteilen. Andererseits sind seine Woodlines, haben wir schon festgestellt, ziemlich weit weg. Da kann ich schon irgendwie verstehen. Der Streamer stand mal auf die Frauen. Ah, okay. Krass, dass Dingo plötzlich aufhört, über Frauen abzulästern. Wie kommt das nur? Dams. Ich dachte, wir halten zusammen, weißt du? Naja, gut. Jetzt kriege ich hier böse Birke. Gehst du ins Bett? Nein, das war ein böser Blick. Ja, das war so ein... Klar, um eins. Haare waschen. Casual. Hallo, ich bin von der Arbeit und da sehen mich Menschen jetzt. Okay, stimmt. Ich bin mir das vorstellt. Nee. Alles klar, Race-Freak. Ja, war auch nur Spaß. Also keine Angst. Okay, hier kommt der Stable. Das ist zu erwarten. Sehen wir... Ja, wir sehen Man at Arms dagegen bei Huava. Namen Dams übrigens. Ich glaube, heute noch gar nicht gesehen, oder? Dams kommt erst um eins. Richtiger Berliner. Man at Arms Upgrade kommt rein und das ist eigentlich recht smart hier, finde ich, von No Chance. So zu wallen. Jetzt mal ein TC einquartieren. Kriegt einen guten Shot. Die Quick Walls werden nicht rechtzeitig fertig. Aber der eine ist noch draußen. Das heißt, zwei Man at Arms machen jetzt, glaube ich, hier nicht... Oh, gut, der Scout ist auch dabei. Könnte einen Villager kriegen. Huava muss nur die richtigen Units angreifen. Sieht aber aus, ob er mehr reinpatrolt hat. Jetzt könnte er hier wirklich einen Wild kriegen. Ja, kriegt er auch. Und in der Woodline ist das Chaos. Quick Walls ist jetzt hier der Versuch. Joby macht ja selten was gut, aber das Turnier ist in seinem Mitwirken top geworden. Agro finde ich frech. Wie du ihn lobst, aber schön, dass du ihn lobst. Joby ist immer so für Turnier- administrative Sachen und Hosting und so ist der immer echt gut, muss ich sagen. Joby ist auch im Chat, der kriegt alles mit. Danke fürs Lob. Ja, so ein bisschen backhanded, ey. Also wenn No Chance das so gemacht hätte, dass er auch hier gewollt hätte, dass quasi das hier nur der Eingang in seine Base ist, wäre das, glaube ich, richtig, richtig stark gewesen. So hat er jetzt drei Scouts draußen. Die sind alle defensiv. Lacker Style. Und wenn es jetzt hier ganz blöd läuft, verliert er noch ein Scout gegen Bennett Arm. Ne, macht er aber nicht. Okay. Das ist jetzt gecleared. Und was ist das Follow-up von Huava? Wir sehen Spearman. Wir sehen eine Range. Also Archer, wie erwartet. Huava auch nur auf einer Woodline. Mit zwölf Wilds. Ineffizienz, ich höre dir Trapsen. Ab wo ich höre dir Trapsen, erkläre ich dir dann. Erklär ich dir dann. Okay. Ja, alles gut. Alter, ich hätte diesen scheiß Screenshot copywriten sollen. Ja, hättest du. Aber ich weiß nicht, ob das geht, weil das ist ja mein Face drauf und ich glaube nicht, dass du die ... Ich glaube, ich habe meine Bildrechte an mir noch selbst. Bin ich mir relativ sicher. Ich finde Formatablauf richtig gut. War richtig top. Ja, danke, Akro. Finde ich schön zu hören, so ein Lob. Auch wenn es an Dobby ging, aber ich fühle mich da einfach mit angesprochen. I call my soul. Ja, macht das. Der Spearman könnte jetzt hier richtig ... Ah, wir haben Sitzlärme. Der Spearman ist nicht so gut, wie man denkt. Gut, gemikrot jetzt hier auch von No Chance. Oh, Akro. Akro mit dem Sub. Danke, Akro. Da gibt es hier um eins noch Subs und um eins vor allem 50 Führer. Leute, ihr seid echt stark. Muss ich mal sagen. Muss ich mal sagen. Ja, mich freut das wirklich zu hören, weil wir haben schon eine Weile überlegt, wie wir das mit dem Turnier machen. Ich hatte ... Ich habe ja schon einmal ein One-Turnier gehostet, das ist aber eine Weile her. Da hatten wir auch Elo-Cap und dies, das. Und das wollte ich einfach nicht mehr, weil ... Erstmal will man keinen ausschließen und außerdem hat man nur Rennereien mit ... Ja, keine Ahnung, der ist über der Elo und der Smurf, dies, das. So, es gibt keine Elo-Begrenzung. Kommt rein, kommt ran, kämpft gegeneinander. So, ne? Wir haben schon lange überlegt. Wir haben auch lange gesessen wegen der Maps, Regeln, wie machen wir dies, wie machen wir das. Also von daher ist der Sub schon gerechtfertigt. Kann man nicht anders sagen. Und auch nochmal der Aufruf an alle, die wollen, dass die Spieler mehr davon haben, von diesem super Turnier. Und nicht nur ich. Die können gerne spenden. Alle Spenden, die während des Turniers reinkommen, gehen in den Preispool. Ja, gut für dich, Agro. Gehen in den Preispool und 20% werden abgezogen für PayPal-Gebühren und so Zeugs. Und der Rest geht dann an den Spieler natürlich. Wir sind aktuell bei so um die 200 Euro, ein bisschen mehr. Und was ich persönlich mega finden würde, wenn wir Betier auf, Betier-Tournament auf, auf Liquipedia erreichen. Das ist noch weit entfernt. Ich glaube, da müssten wir 500 pro, pro Topf haben, glaube ich. Oder 500 insgesamt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist weit entfernt, also. Seht euch nicht gezwungen. Aber wenn er es macht, finde ich es trotzdem geil. Range jetzt defensiv bei No Chance. Wahrscheinlich für ein paar Skirmisher, genau. Hat jetzt hier zwei Eco-Kills bisher bekommen. 7 zu 3 KD insgesamt. Jetzt kommt der Mennert Arm nochmal aus der Hölle. Kann er die Skirmis einfach hinschicken und dann machen die das. In Verbindung mit den Wildern. Hier wird nur ein Haus attackiert. Was ich nicht gut finde von No Chance, keine Box-Formation. Wäre nochmal wichtig. Kriegt er nochmal einen Willen? Ne, kriegt er nicht. Wie sieht es Castle-Age-mäßig aus? Huava baut jetzt den Markt. Eco sieht bei No Chance deutlich besser aus. Hat ziemlich viele Farmen. 18 Farmer. Geht aber Double Food Unit natürlich. Da kann man das schon mal machen. Wenn der noch einen Markt hochzimmert, dann kann man das auch wieder ein bisschen balancen. Hier war er offen. Das hat er gut gesehen und zugemacht. Foodtechnisch passt es schon. Also Schmiede kommt jetzt. Ich hätte, wie gesagt, eher für den Markt plädiert. Der eine Mennert Arm. Gut, der geht jetzt drauf. Die Scouts kommen zurück tatsächlich. Okay. Na gut, hier ist kein Spearman dabei. Dann kann er das clearen mit den Scouts. Und den Skirms dahinter. Er ist jetzt von der Woodline komplett weggegangen. Okay. Wir haben jetzt 1000 Food. Also da kann man sich sogar noch ein Upgrade leisten. Gold Upgrade oder... Okay, das sollte er jetzt nicht machen. Die Skirms hier alleine vorschicken. Auch nicht auf Patrol. Hier werden einfach nur die Dingo-Sauf-Emotes gespammt. Wie ist eigentlich die Stimmungslage in der Deutsch-Community-Richtung? 3 gegen 3, 4 gegen 4 Turnier. Also 3 gegen 3 würde ich super gerne mal hosten. Das Problem ist, wenn du das mit nicht Pro-Playern machst, auch 4 gegen 4, also von daher, dann wird das, glaube ich, ein Turnier, was irgendwie 4 Monate geht. Aufgrund der zeitlichen Schwierigkeit. Acht Leute gleichzeitig an einem Tag mal für 3, 4 Stunden an einen Tisch zu bekommen, um ein Set zu spielen. So, das ist, glaube ich, eine schwierige Nummer. Beide jetzt Up to Cars Ledge. Huawa etwas langsamer. Bloodlines kommt jetzt rein. Scout Death Up. Oder Kavallerie Death Up ist schon drauf. Ja, ne? Also das, denke ich, wird halt so das größte Problem. Man kann das natürlich wieder Open Elo dann machen und so. Sollte, finde ich auch. Dann insgesamt ist der Hype da. Das denke ich auch, ja. Preis, ja. Der Preispunkt muss halt eine gewisse Größe haben. Ich weiß auch nicht, wie man, also ich habe auch für das hier überlegt, kann man da einfach Nili anschreiben, weil der macht das ja bei Microsoft quasi. Oder muss man sich direkt an Microsoft wenden? Ab wann sponsern die ein Turnier? Gibt es da irgendwelche Guidelines oder so? Das weiß ich halt nicht. Das ist halt die Frage. So, wo ist der zweite Stable? Wieso sehen wir den nicht? Es werden weiter Scouts produziert. Okay. Hier könnte man einen guten TC bauen eigentlich. Oder hier vorne. Drei gegen drei, vier gegen vier. Viel Spaß beim Kasten. Ja, das geht schon. Das geht schon. Ich muss sagen, hatte bis jetzt wenige Leute, die nicht geschedult haben. Ja. Stimmt, Dobi. Ihr spielt ja auch in einem drei gegen drei Turnier. Oh, es kommt hier das TC. Okay. Eins Stable nur. Sehe ich das richtig? Ja, nur eins Stable. Okay. Erstmal kein zweites Def-Up auch für Rot. Crossbow, Botkin, Holz-Upgrade kommen jetzt rein. Und wir gehen Double Range bei Huawa. Das ist auch richtig. Vielleicht noch Mönch dazu. Also ein Kloster. Siege Workshop kommt jetzt defensiv. oder halt mit harten Regeln und Swiss-Round-Robin, damit auch bei Absagen genug gespielt werden kann. Drei gegen drei, vier gegen vier, Dingo Turnier, und halb Let's go. Also wie gesagt, ich hätte Bock drauf. Confirmed ist es nicht. Nein. Auf gar keinen Fall. Uni kommt jetzt von Huawa. So ist es tätig, aber muss halt vernünftig gemacht werden dann. 1v1 ist leider nicht so meins. Ja, ja, ja. Kann ich auch verstehen. Also Team Game ist halt sehr beliebt bei Age of Empires. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Mein favorisiertes Format wäre halt drei gegen drei. Aber da haben wir jetzt eh erst mal Boa. So, das kommt ja im... Ist ja auch gar nicht mehr weit weg. Abroboa. Nee, man sieht dich nicht. Ja, richtig gut. Also Team Tournament confirmed. Ihr habt alles gehört. Naja, wie gesagt, ist halt nicht so. Huawa jetzt hier vorne mit seinen Archern kann nicht wirklich Damage machen. Okay, aber bitte nicht rascheln. Okay. Huawa jetzt hier so ein bisschen irgendwo auf der Map mit seinen Archern kann nicht wirklich was machen. Baut jetzt ein zweites TC am Holz. Okay. Muss jetzt aber aufpassen. Die Ritter sind da. Haben aber noch kein zweites Dev-Up. Kriegen jetzt hier trotzdem... Kriegen die einen Willen? Nee, die kriegen keinen Willen. Hat jetzt einen Knight einfach verloren. Und mir wird zugestimmt. Das ist eine schöne Sache. Ballistik ist für Huawa noch nicht drin. Zwei Scorps jetzt als Defensive. Drei TC Boom jetzt für No Chance. Ziemlich greedy, muss ich sagen. Also mit... Ah nee, er hat mittlerweile zwei Stable. Okay. Dann ist es nicht wirklich greedy. Zwei Stable, ein Seed Shop, paar Scorps und dann kann er das hier verteidigen. Huawa rennt jetzt auch genau rein in die Skorpione. Ei, 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 ei. Das ist sehr ungut für ihn. Jetzt kommt auch das zweite Dev-Up rein. Nili hat jetzt ein Turnierformat gestartet, was ich auch mal machen wollte. Irgendwas mit Elefanten habe ich nur heute gesehen. Ich habe... Als das Turnier announced wurde, habe ich ja schon gestreamt. Deswegen weiß ich nicht genau, was da angekündigt wurde. Was hat denn der angekündigt? Kann mir das mal einer kurz erklären? Das Turnier ist auch mega nice. R-O-T-E, aber halt so nur mit Profispielern möglich. Eins. Ah, okay, alles klar. Okay. Was heißt denn R-O-T-E? Fünf in weite Teams minus Baguettes. Wieso Minus? Spielen die nicht mit, oder was? Baguettes? Baguettes, ja. Es gibt ein Team, die heißen die Deceptive Baguettes. AM, GL, Suomi. Ah, okay, okay. Alles klar. Also Baguettes, AM, GL, Suomi und wahrscheinlich irgendein China-Team. Viertes TC kommt jetzt hier von No Chance. Was ist denn das? Das stinkt ja übelst. Achso, die riechen nicht schön. Achso, ja dann. W-W-P, das letzte Team. Okay. Also drei gegen drei, Dingo confirm. Nein, Hen. Wie gesagt, es läuft doch eh gleich Boa. So. Immer nur Turniere für die Profis. Ne, wie gesagt, wenn ich das machen würde, wäre es halt Open Elo, da könnte jeder mitmachen. aber das müsste halt wirklich harte Regeln geben bezüglich nicht erscheinen und so weiter. Nicht mehr lang. Mach dich mal fertig, geh ins Bett. ich kann es dir nicht da. Ich kann es dir nicht da. Dann mach vor wie vor. Das ist ja noch schlimmer, Dobby. In weit, da könnte ich schon kotzen. Ja. Also, die wären ja eh qualifiziert, wenn es einen Qualifier gibt. Anmeldung 50 Euro, Mindestpreisgeld bei Teilnahme 50 Euro. What? Aber da ist Ansporn fürs Dasein. Ja, okay, I get it. Mit Teilnahmegebühren. Okay, ja, stimmt. Aber Mindestpreisgeld, das heißt, wenn man alles verliert, kriegt man trotzdem Preisgeld oder was? Davon behalte ich ja nichts, ehrlich gesagt. Wo war es jetzt mit Imp? Und dafür aber mit 20 doch, wo war es weniger? Sogar das das zweite Attack-Up noch für die Knights. Dabei haben wir gar nicht so viel. Okay, hier kommt nochmal ein Stack-Knights. Also, wir haben 18 Knights draußen. Hier sind 10, dort sind 8. Dann kriegt man sein Geld zurück, wenn man nicht spielt, halt nicht. Dann machen nur die Leute mit, die gewinnen können. Ja, das könnte man halt, das könnte halt dazu führen. Wo war es jetzt hier einen guten Ball an Gleich-Aber-List? Und sich hat auch sich die nächste Wood-Line, also, der hat aber auch Pech mit seinen Wood-Lines hier, ey. Wenn er sich nach hier ausgebreitet, also hier ein TC wäre halt, Zucker wäre das gewesen. So hat er hier zwei TCs, okay, damit ist das die Area-Safe, aber er muss jetzt vor. Und er kann eigentlich nicht wirklich vor, weil er nicht gewalt ist. Wenn er hier Stonewallt oder hier noch ein TC setzt, würde ich, glaube ich, gut finden für ihn. So muss er jetzt raus, sonst kann er seinen Impf-Vorteil vergessen. Und No Chance kann eigentlich auch ihm klicken. Also wenn der sein Food ein bisschen verkauft. Wow, was scoutet die Map mit Häuser, Bau, Villagern und Outposts. Schön. Ja, da sehen wir den Impf-Click. Kann er jetzt mal ein bisschen mehr auf Gold gebrauchen. Und der Sizilianer ist der auf Stein mit neuen Mann auf Stein. Das heißt, wir werden auch früher oder später in der Castle sehen. Huava muss vor. Der kann, was soll das? Also warum wartet er jetzt hier hinten? Jetzt ist er imp und jetzt kommen die Upgrades rein. Und jetzt muss er eigentlich schon hier stehen und ballern. Racer kommt zuerst, aber Arp kann er sich noch nicht leisten. Huava mit dem Minute 35 Ballistik. Ja gut, ja, weiß ich nicht. Nelly Supernett schreibt mir mal einfach auf Discord. Er hat letzte Woche ein Comeback-Match mit seiner Freundin gegen Eule gemacht. Sie möchten gerne ein Video dazu machen und er meinte auch im Stream, dass sie ihn anschreiben darf. Er hat nichts dagegen, dass sie das Material von Twitch verwenden. Ich denke, er ist auch einer der Leute, die durch das Spiel... Ja, ja, klar. Also ich sage auch nicht, dass er nicht nett ist oder so, ne? Aber hier geht es ja dann nicht um ist er nett oder ist er nicht nett. Hier geht es um sponsert die Firma, für die du arbeitest, mein Turnier. Das hat nichts mit nett oder nicht nett zu tun. Ja, habe ich gerade vorgelesen, Agro. Vielleicht einfach... Also es ging halt um... Ich denke mal, es war Reaktion auf... Ich frage mich, ob ich Nieler einfach fragen kann. Ich weiß, dass man ihn auf Discord und so einfach schreiben kann, aber hier geht es ja dann nicht um... Ey, Kumpel Nielbert, kannst du mal was Nettes für mich machen? Sondern es geht darum, wie gesagt, die Firma, für die du arbeitest, das, was du machst da quasi bei denen, nämlich Turniersponsorings, macht ihr das. Und da kann er ja nicht auf Discord einfach mal Ja sagen. Das kann er... Alleine entscheidet er das auch nicht. Falls er überhaupt noch dann da arbeitet. So, ne? Das ist das. Ey, Kumpel Nielbert ist super. Ne, Fragen kosten natürlich nichts, das ist klar. Das habe ich so ein bisschen von meiner Freundin übernommen, die nennt Leute nicht so, wie sie halt wirklich heißen. Okay, Chevalier plus vier kommt rein. Solange sollten die Knights ja eigentlich nicht rumstehen dann, solange die zumindest plus vier noch nicht drin ist, weil so sterben die ziemlich leicht. Und wir haben jetzt so eine klassische Age of Empires Situation. Der eine hat viel weniger Eko und der andere hat viel weniger Armee. Pop ist dadurch ausgeglichen. Und ja, gut, das Problem ist halt, dass jetzt hier eine Kasse steht. Das heißt, die kommen eigentlich nicht mehr raus. Wir haben jetzt hier 16 Knights. Gleich Chevalier mit plus vier. Und jetzt splittet er die Archer auch noch. Hauberg kommt rein. Wie viel Damage machen die? Zehn, ne? Neun, weil Chemie noch fehlt. Neun gegen sechs. Acht dann, oder? Haben wir dann acht. Dann machen wir ein Damage mit den Aberlist. Da kommt das GG-Upgrade. Ja, genau. Hauberg ist halt wirklich... Das ist halt so gemein. Ich meine, der Byzantiner müsste jetzt wahrscheinlich einfach halb spammen, aber da hat er nicht die Eko dafür. löscht sogar ein TC für den besten Surround, den man sich wünschen kann. Aber ich glaube, auch ohne, das wäre es gegangen. Und da kommt das GG rein von Huava. Und wir sehen den Map-Win für No Chance. Ein ganz unterhaltsames Spielchen. Huava hat No Chance, ironisch. Ich habe keine Ahnung, was man als Bütze hier macht. Also, wirklich keine Ahnung. Du kannst eigentlich... Was willst du dann machen? Wenn du Booms verlierst, wenn du Fast-Impf spielst, dann passiert das. Who has this insane macro? Oh, it's accro. Kev Archer. Ja, aber auch nur bis Hauberg, ne? Also... Das ist halt Fast-Impf ohne zweites TC. Ja, wahrscheinlich wäre das die beste Variante. Und Full-Walled sein. Weil wenn du mit dem... Sagen wir mal, er hat die Base. Das, was wir jetzt sehen. Und hier hat er irgendwo gut was weiß ich. Mit der Base kann er auch nicht Fast-Impf gehen, ne? Auf der Karte. Also, da muss er das hier stonewallen oder das hier stonewallen oder irgendwas. Das ist halt... Mit der Karte das Sith-Match-Up ist halt echt brutal. Und was machst du dann mit Fast-Impf? Der hat vier TC stehen, der hat eine Burg stehen, der hat vielleicht dann die zweite Burg irgendwann stehen. Also... Ich hätte es nicht spielen wollen. Aber ja, das ist halt wirklich undankbar. Muss man sagen. Undankbar. Hat sich Huawei vermutlich auch gedacht. Ja, also dafür war es noch ganz okay, muss ich sagen. Ja, also dafür hat er es noch ganz gut gemacht. Wobei ich auch überrascht war jetzt von Bützen. Wir sehen jetzt die Home-Map von Huawei. Das ist Golden Swamp. Einer meiner Lieblings-Maps. Und... Ich bin ein bisschen überrascht von den Siths. Gut, ich hätte gedacht, Bützen nimmt er hier oder Italiener. Er nimmt jetzt Berber und er spielt gegen Böhmer. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Im ersten Spiel haben wir Bützen gegen gegen Sizilianer als Match-Up. Und im zweiten Spiel und im zweiten Spiel haben wir Hava Berber gegen fucking Bohemiens. Also was ist denn hier los? Das ist doch das ist doch kacke. Also wenn ich Hava wäre, würde ich richtig abkotzen. Das ist halt eine absolute Frechheit. Was ist die... Was kann der Berber machen, um zu gewinnen? Frage ich mich an der Stelle. No Chance geht vor. mit dem Scout? Sehe ich das richtig? Er sieht seine zwei Boas. Er hat schon ein paar Büffel gefunden. Findet jetzt gleich die anderen zwei, die noch fehlen. Hier hat er die auch gefunden. Wunderbar. No Chance ist gut mit dem Draft-Gedöns. Ja, nicht nur das. Also du musst ja gut draften. Das ist das eine. Das hat er gemacht. Aber du musst ja noch ein bisschen Luck kommt ja dazu. Oder ein bisschen Voraussicht. Welche Sith auf welcher Map gespielt wird? Sizilianer sind schon ziemlich der Konter des defensiven Volkes. Ja, genau. Also Sizilianer sind denke ich auch Hart-Konter für Bützen. Und ich meine gut, dass er Sizilianer auf Arab spielt, ist jetzt auch nicht so überraschend. Dass er da gegen Bützen kommt, das ist Glück, finde ich. Wobei Sizilianer auch gut gewesen wären gegen Azteken und gegen Berber. Nur gegen Italiener halt nicht. Aber auch nicht so schlecht gegen Italiener. Ja, also da gehört jetzt nicht viel dazu, dass man Sizilianer auf Arab pickt. Das ist schon vernünftig. Aber jetzt hier Böhmer zu nehmen und zu denken, dass der Gegner mit... Also ich weiß nicht, ob er denkt, dass er gegen Berber spielt, aber... Boah. Also weiß er nicht. Das hat er schon gut gemacht hier. Hat er schon gut gemacht. Ich bin mal gespannt, ob wir einen Dock sehen. Das haben wir ja oft vermisst teilweise in den Spielen auf der Map, zum Beispiel in einem Showmatch. Fünfter auf Holz spricht ehrlich gesagt dafür, dass wir einen Dock von Huawa sehen. Auf der anderen Seite haben wir vier auf Wood und der Villager geht vor zum Docken. Zuerst wird das Haus gebaut und dann der Nächste vielleicht nochmal auf Wood oder das Bohr holen, wie man möchte. Und dann sollte genug Holz da sein. Hätte Berber auf Arab gesehen und dafür Bützen hier. Ja, ich hätte Bützen oder Italiener, wie gesagt, hätte ich hier auch besser... Fände ich auch besser für Huawa. Hätte ich besser gefunden. So. Das Holz für den Dock ist da, wird gebaut. Sogar eingewollt, der Vill vorbildlich. Fischposition natürlich ein bisschen besser hier für Huawa. Der hier direkt vorne ist. Also der direkt den Fisch vor seinem Dock hat. Bei No Chance sieht das ein bisschen anders aus. Nimmt hier ein bisschen Damage auf dem Scout. Aber nur ein bisschen. Ja, ja. Also das ist halt schon... Klar, das ist jetzt nicht weit, was er hier fahren muss, ne, aber... Das schmeckt. Fang frisch. Erster Fischerboot ist auch draußen. Warum sind jetzt Böhmer gut wegen den Mönchen? Meinst du auf der Map oder gegen Berber im Speziellen? Das ist natürlich schlecht für Huawa, aber so kann man es einfach umgehen. Also die Mönche ist natürlich eine Sache. Genau, das, was Akro sagt. Böben sind halt wicked, würde HP Baxter sagen, gegen Kavsivs. Und vor allem gegen Berber. Du kannst halt einfach... Du spielst halt... Du spielst halt einfach Pike Siege. Böhmer haben guten Siege. Ich meine, also selbst wenn man jetzt nicht Hufnize geht oder so. Ja. Die sind auch gut um die Mitte dann zu contesten mit Pikes, mit Siege, mit dies, mit das. Du hast die Gold-Upgrades for free. Das heißt, du kannst dann auch auf Wasser eigentlich ganz gut hier das managen. Also das ist schon ein starkes... Wie gesagt, und Berber, wenn die... Oh, hier wird gelamed von Huawa. Okay, finde ich gut. Man muss jeden Vorteil nutzen, den man kriegen kann. Ja, und dazu Chemistry, Crossbow, genau, in Castle Age. Doch, habe ich. Ist aber gelogen, habe ich. Okay. Machst du in Castle Age halt einen Damage mehr, was sich jetzt nicht nach viel anhört, aber damit machst du doppelt so viel Damage gegen Knights mit plus zwei als normaler Archer. Immer noch am Casten. Ja! Ezio, was willst du machen? Was willst du machen? Ich habe gesagt, ich caste noch die Serie, also muss ich es auch machen. Bonusschaden der Piken kommt halt auch nochmal dazu. Genau, 25% mehr Bonus Damage. Viel auf Holz hier. Ich glaube, hier wird Full Water gespielt vom Kollegen No Chance. Habe ich das Gefühl, wir sehen auch keine Barracks. Bei Huava sehen wir auch keine Barracks. Hier wird auch das zweite Dock gebaut. Ich hoffe, du trinkst genug. Ja, ja. Ich muss eigentlich auch schon die ganze Zeit pinkeln wieder, aber ich halte jetzt noch durch und dann schaffe ich das schon. Was sagt HP Baxter, wenn er Frikadellen macht? Fisch Frikadellen, okay. Bitte sag es uns irgendwas mit How much is the fish oder ein Reim darauf, Zongi? Full Water klingt wild, der Fisch ist doch nicht so gut und landerreichbar. How much is the fish? Oh Gott. Okay. Ich weiß nicht, Full Water, du kannst halt dann die Mitte safe nehmen, wenn du Wasser gewinnst. Also wenn du kein Wasser hast, dann wird es halt schwer, die Mitte irgendwie irgendwann zu kommen. Man sollte natürlich trotzdem auf Land irgendwie auch was machen. Da gebe ich dir recht. Akro. Bleib doch noch, Zongi, bleib doch noch. Hast du ein Bier getrunken oder was? Double Dock von beiden. Demo und Firegalley kommt hier. Auf der anderen Seite sehen wir Galleys. Galleys finde ich nicht der richtige Call von Huawa. Hat auch schon eine draußen. Entschuldigung, hat schon zwei draußen. Sollte aber gucken, dass er wurde jetzt einfach das Demo in eine Galley geschickt. Das ist natürlich Quatsch. Das sollte man niemals machen. Scout von Rot ist jetzt tot. Das reimt sich, deswegen ist es auch cool. Fletschen kommt rein für Huawa und der macht das gut. Muss ich sagen, der hat jetzt vier Galleys draußen. Du kannst hier auch für immer zurück, Micron. Jetzt sehen wir die Barracks von No Chance. Mühle bei Huawa. Hat natürlich auch Glück, dass seine Dears direkt neben den Barracks sind. Neisenstein, da freut man sich. Da ist ja alles voller Gold. Bin blind. Ja, deswegen heißt die Map Golden Swamp. Also das ist halt eine gute Sache, wenn man das weiß. Vorteil für No Chance, er ist gleich Full Vault. Auf Land zumindest. Hat er dann nichts zu befürchten oder weniger zu befürchten. Huawa jetzt mit fünf Galleys draußen inklusive Fletching. Muss jetzt halt mal gucken, dass er auf Land wieder die Food Eco so ein bisschen in Schwung bringt. Hat ja noch ein bisschen Büffel hier. Vier Stück noch unterm TC. Und ja, also Fisch ist hier natürlich nicht so geil, weil es halt nicht so viele Fischspots gibt. Deswegen sollte man wahrscheinlich auch nicht zu hart in Fisch investen einfach. Range jetzt von No Chance. auch der hat noch nicht wirklich eine Farm Eco am Laufen. Nur sieben auf Food. Huawa hat aber nur fünf auf Food. Das reicht gerade so, um das TC am am Rattern zu halten hier. Wie hat der sich den Flätschen geleistet? Fällt mir gerade so. Hat der die Geld? Nee, hat er auch nicht. 20 Sekunden bloß. Geht alles. Ich weiß nicht, warum man hier weiter welcher Wut schickt. Wut. So, und jetzt hast du halt hier klar, Fire Galleys draußen, aber mit den acht Galleys sollte das klar gehen. Du kannst halt immer im Kreis fahren und die einfach eine nach der anderen snipen. Jetzt gucken wir mal, wie gut das Micro von Huawa ist. Äh, Micro gar nicht. Okay. Starkes Spiel von Huawa bis jetzt. Ja, bis jetzt ist glaube ich Key Phrase in dem Fall. Okay, jetzt hat er es gemerkt. Jetzt macht er es richtig. Genau, Hit and Back. Und das kann, das kannst du nicht mit Fire Galleys jetzt hier contesten. Da ist der, das Wasser einfach wieder zu groß. Huawa verliert jetzt hier dummerweise noch einen Fishing Ship. Sein anderes ist hier aber noch hart am Arbeiten. Er macht das gut. Er muss jetzt halt bloß Transition of Food hinbekommen. Macht er jetzt auch. Okay, alles klar. Nicht vergessen, Farmen zu bauen. Das ist halt immer das Tückische bei so viel Food, bei so viel Free Food, dass man dann vergisst zu farmen. Jetzt wieder gucken. Jetzt Micro da wieder zurück. Und ich glaube, er hat noch keine Galley verloren. Äh, Farm, Eco, so langsam auch am Anrollen bei No Chance. Und Huawa macht das wirklich gut. Da kann man nicht mehr gerne. Walt jetzt auch seine Base. So allmählich, sag ich mal. Hat ein bisschen viel, hat ein bisschen viel Holz auf der Bank. Also könnte er eigentlich überlegen, Marke zu droppen und hoch zu gehen. Gledi auch mit dem Raid. Ich werde hier geradet, ey, links und rechts. Guten Abend, Gledi. Wie war dein Stream? Ich hoffe, du hattest Spaß. Hier geht der Spaß noch ein bisschen weiter. Berber-Schiffe sind auch schneller. Ja, das stimmt. Vielleicht da auch ein bisschen der Gedanke, Berber hier zu nehmen. Das, das macht das natürlich noch ein bisschen einfacher. Klar, auf jeden Fall. Brocki Moin. Hallöchen. Zwei Demos jetzt sogar noch von Huava. Wie gesagt, wir casten hier gerade noch das letzte Set des heutigen Tages. Starker Demo-Hit. Noch einer. Oh, und das ist richtig gut gelaufen für Huava. Jetzt kann ich die letzten zwei Schiffe auch noch snipen. Carslage kommt rein. Und das sieht nach einem guten Game für Huava aus. Also, er hat jetzt eigentlich ziemlich, ziemlich die Oberhand. Ähm, ja, der Gegner ist auch auf dem Weg Carslage. Okay. Aber er hat eine Range, aus der jetzt erst Archer produziert werden. Die müssen, wenn er die vorne benutzen will, über Wasser gehen, wenn sie einen kurzen Weg gehen möchten. Und, ähm, wenn er den langen Weg geht, ja, ganz ehrlich, dann kann er es auch lassen. Okay, der eine Archer kommt jetzt rein. Oh, oh mein Gott. Das ist halt wirklich richtig bitter. Okay, TC ist aber, sind aber genug Wildstar, dass der gesniped wird. Ist klar, ohne Schaden zu machen. Hat ihm die Lücke gezeigt. Und Huava sollte auf jeden Fall Wargalley klicken und auch noch Bot gehen, denke ich. Allein für Demos lohnt sich Wargalley schon. Also, das, ja, stabil gespielt, auf jeden Fall. Kann man, kann man so sagen. Kann jetzt hier die Range nicht verändern, die zweite, aber er sieht, dass es eine zweite gibt. Und ja, Schiffe sind halt so viel stärker als Landeinheiten. Er geht auch direkt in die Mitte. Er hat genug, ähm, Holz für einen TC und einen Siege Workshop. Das Haus finde ich trash, das kann er auch hier bauen oder hier oder hier, weil das ist, das ist halt einfach Space für einen TC, was er sich wegnimmt. Und ich denke, wenn er, ähm, Wargalley macht, einen Siege Workshop und einen TC baut, dann kann das Spiel eigentlich kaum noch verlieren. Also geht natürlich, aber es wird schwierig. Es wird schwierig. Okay, er wechselt auf Kavallerie. Hier kommt das TC, wunderbar. Ich hätte gerne noch einen Siege Shop dann, wie gesagt. Und Wargalley sollte auf jeden Fall klicken. Das ist nicht so teuer, das Upgrade. Er hat auch genug Gold, dass er sich das kaufen könnte, theoretisch. Er hat jetzt, wie gesagt, seine Farm-Eco ist schrecklich, weil er keine hat. Das ist, was ich gesagt habe vorhin. Also, da vergisst man halt, wenn man so viel Free Food hat, irgendwie was zu machen. Zwei auf Food, das werden wilde Nights, ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja, also ich hätte mir die Nights gespart und erst mal, ähm, erst mal Wasser weiter produziert. Ich glaube, jetzt hat er ein bisschen Angst, dass er gesneakt wird. Das macht er sehr gut. Er stellt hier die Schiffe an die Seite, lässt ein paar in der Mitte. Das macht er schon ganz vernünftig. Das TC jetzt hier von No Chance, hätte man auch einfach hier machen können. Oder hier. Für zwei Gold-Tiles lohnt sich das jetzt nicht so megamäßig. Dritte TC kommt auch, okay. Wie viel Gold hat man denn hier in der Base? Vier. Und Fünfer? Das ist aber viel. Dafür, dass es eigentlich eine Gold-in-der-Mitte-Map ist. Huaba wird nicht japanisch ausgesprochen. Spieler ist aus Österreicher und Huaba ist die Dialekt von Huba. Ah ja, das weiß ich. Aber ich spreche es trotzdem so aus. Ich rieche ein langes Game. Und was ist ein Huba? Das ist ein Nachname. Also der heißt Huba mit Nachnamen. Das weiß ich sogar, aber ich spreche es trotzdem irgendwie schon immer so aus. Das ist jetzt zu schwer. Ja, ja, ist sein Nachname. Ich bin, da bin ich zu faul, mich umzugewöhnen. Guter Mann. Also, dass er kein Wargely macht, finde ich tatsächlich ein bisschen unschön. Ist der auf Stein? Ja, mit zwei Mann. Okay. Zweites TC hat er auch gebaut. Okay. Zwei Nights, drei Nights ohne Upgrades. Mit einem Def Up ohne Bloodlines. Aber die sollten hier die vier Crossbow trotzdem clearen können. Ja, er floated halt sehr viel Gold. Der farmt jetzt in der Mitte. Okay. Hier ist doch Platz. Und da ist es auch sicher. Kill die. Die stehen doch schon da, wie, als ob sie geschlachtet werden möchten. Dann bitte. Okay. Zack. Der verliert wirklich einen Knight noch, oder? Nee. Okay. Nächster Stable kommt. Und sehen wir jetzt die Transition in Pikes. Nee, sehen wir nicht. Also, es sollte eigentlich kein langes Game werden, weil Huaba hier in einer deutlich, deutlich besseren Position ist. Er hat die Mitte. Er hat für immer Wasser. Ich meine, klar, er kann No Chance einfach ausbluten lassen, aber das ist, wäre mir persönlich zu zu gefährlich. Er geht jetzt Triple Stable. Okay. Dann sollte er auf jeden Fall das zweite Death-Up auch machen und Bloodlines, weil er weiß, dass der Gegner auf Crossbow ist. Mittlerweile glaube ich, No Chance ist hier im guten Spot. Rot kauft sich gleich Imk, gewinnt das noch. Tatsächlich, ja gut, Imk gleich kaufen, weiß ich nicht. Jetzt sehen wir, warum Wargalley eine gute Idee gewesen wäre. Also, das sind Feudal-Galleys mit Feudal-Upgrades nur. Und die sterben trotzdem nicht gegen Crossbow. Wenn einfach alle auf einem Haufen hatten mit Wargalley und von mir aus noch Bodkin Arrow, dann gewinnt der das halt. Chemistry kommt jetzt rein. Eieieiei. Eieiei. Also, das wäre wirklich traurig, wenn Huava das noch schmeißt. Danach soll Ballistik kommen. Andersrum wäre er vielleicht klüger gewesen. Und jetzt kommt hier eine Castle in der... No way. Das kann... Das darf gar nicht passieren, dass die überhaupt rauslaufen. Das ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Nicht dein Ernst. No way. No way. Eins. Okay, Huava geht schnell. Jetzt will ich die ganze Huba sagen, ey. Toll. Das Wiafel. Jetzt geht hier eine Castle hoch, oder was? Nein, bitte nicht. Okay, die Galleys sind da. Eigentlich sollte hier nichts hochgehen. Die Castle ist angehittet. Das heißt, oh boy. Warum kein Wargalley? Warum wurde das nicht gemacht? Um wie viel Uhr schalten die den DLC frei? 18 Uhr sagt Steam. Ah, okay. Der klärt das jetzt, ne? Guckt euch das an. Okay, warte mal. So. Mit Wargalley wäre das hier niemals passiert. Jetzt ein Demo, ja. Water Control haben wir. Der DLC ist freigeschaltet. Start einfach Aoi neu und ladet runter. Ah, okay. Die verdammte Castle geht jetzt hier hoch. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und wenn die oben ist? Na gut, ne. Für im Bereich ist es nicht. Dafür haben wir zu wenig Gold. Ich meine, hier ist noch ein kompletter Goldspot. Wir haben einfach niemanden auf Gold. Hier sind welche. Die stehen rum. Die Scheiße geht hoch. Wie kann denn das sein? Oh, ist das bitter. Also ich bin ja nicht parteiisch oder so, ne? Aber und ich weiß auch nicht, warum Huawa vier Stable braucht, um Minute 30 17 Nights zu haben. Also das verstehe ich nicht. Okay, plus zwei Def kommt jetzt. Das ist gut. Hat noch jemand 5k Punkte für Titanic? Oh, bitte nicht. Das ist so laut. Noch ist keine Titanic. Also es war Titanic war das der nicht gemacht hat. Das hätte er machen müssen. Meiner Meinung nach. Jetzt baut er den nächsten Stable. Ich glaube, ein Siege Workshop wäre auch eine gute Investition. Deswegen ist Chemie in Castle Edge ganz gut. Okay, die Knights hatten noch kein plus zwei. Okay, der hat nur ein HP. Das ist alles Quatsch. Versucht irgendwie reinzukommen, kommt aber nicht rein, weil er auf der Seite nicht ist. Also hier könnte man schon Wild snacken. wird jetzt hier vom Gold. Ich meine, er kann das Gold erstmal noch ein bisschen nehmen. gibt es da nicht ein Update und man hat Probleme mit den alten Replays. Ja, das hat man wahrscheinlich. Es wird auf jeden Fall ein Update geben. Da haben wir den, die Mange. 5 Stables, 3 TCs brauchen 48 auf Hut. Er hat 16, ja. Genau. Also bei Berber vielleicht ein bisschen weniger. Jetzt kommt Bloodlines erst rein bei ihm. Die zweite Castle kommt. Oh, ist das bitter. Bei mir ging das Update jetzt auch schon. Also wenn es bei einem geht, sollte es ja bei allen theoretisch funktionieren. Manchmal hilft es ja auch, Steam neu zu starten. Huawei kauft jetzt Food ohne Ende, hat jetzt aber kein Gold mehr. Gut, dass du alles durch hast. Ja, zur Not hätte ich vom guten DJ Schaffner, der hat so ein Tool gebastelt, dass man zurückpatchen kann. Also das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Aber trotzdem ist es ganz nice, dass man das dann eigentlich nicht machen muss. Das stimmt schon. Und die Knights haben volle Upgrades. Sie haben plus 2. Guter Mange Shot. Die Mange hat es auch gerade so überlebt. Und Im kommt rein und ich weiß nicht, wie er das jetzt wegpushen will. Habe ich doch gesagt, Rot gewinnt das noch? Ja. Ja, tatsächlich. Ab morgen gewinnt Huawei das wieder, heute nicht. Aber wie sowas ist ein Morgen anders mit denen. Ja. Also was heißt dumm? Es ist halt wegen Attack Move. Ah, okay, okay. Wird das genervt oder was? Oh, nee, ey. Bitte nicht. Es ist halt extrem unglücklich, dass er nicht Wargely geklickt hat. Ich glaube, wenn er das macht, bekommt er wieder ein Delay wie Patrol. Ah, okay. Ja gut, das ist wohl ganz vernünftig. Bei mir hat es eh schon Delay, habe ich das Gefühl. Also manchmal funktioniert es einfach gar nicht. Wenn es ein bisschen Delay hat und dafür konstant konsistent auch funktioniert, dann ist das okay. Aber so, wenn es so weiter ist wie bisher und nicht, also, ne, dann ist es halt echt kacke. Manchmal drückst du Attack Move und die Attack Moven einfach nicht, sondern die Moven nur. Das nervt halt schon. Also die Mitte ist lost. Huava ist auf Stein außerhalb. Das ist halt das Gute auf Golden Swamp. Es gibt noch Steinspots. Neutrale außerhalb der Mitte. Das heißt, man kann, ähm, auf Castles kommen. Aber was macht er jetzt bitte gegen 43 Amalist? Und Instant Bombard kann jetzt, beziehungsweise Traps einfach, ne? Er könnte versuchen, ihn tot zu raiden mit Huzar-Spam. Aber da fehlt halt so ein bisschen die Eco-Wert. 25 nur auf Food. Raiden wäre, ja, ja, wäre eine Idee. Das, das Gute für Huava ist, dass der Gegner halt eine immobile Armee hat und dass er vielleicht den Mangenschutt auf Doom kassiert. Ne. Mh, Demos wären jetzt immer noch eine gute Idee. Okay, jetzt verliert er die Mange. Sowieso. Wo ja, Bracer jetzt auch drin ist. Aber das ist drin, mehr Range. Also, wir outrangen jetzt die Mangen. Keine Traps in Produktion. Okay. Ressourcen wären da, also. Ich verstehe auch nicht, wie der nächste Castle kommt. Ei, 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 ei. Boah, Huava hat das so gut gespielt. Und hat es dann so. Nur mit Links-Klick hat es keinen Delay. Doch, doch. Ich mache immer mit Links-Klick und trotzdem. Jetzt will er hier den Fight vor plus vier nehmen. Sollte er auf keinen Fall machen, natürlich. Ich glaube, das braucht er gar nicht fighten mit. Wie viele Knights hat er hier? 15 Knights gegen 43. Schade Marmelade. Transition Food war zu langsam. Genau. Und wie gesagt, War fucking Galley. Und dann geht das klar. Jetzt kommt hier noch eine Castle an der Seite und ein paar Stables. Ich denke, ich bin gleich soweit. Woher verliert jetzt hier seine... Oh, das ist halt auch ein guter Spot, wenn du keine Demo-Chips hast. Hier können irgendwie zwei Knights nur attacken und der Rest wird weggeballert. Wenigstens wird die Castle verhindert, aber nicht für lange, ehrlich gesagt. Wie juicy wären Demo-Hits hier jetzt. Baba-boom. Alles dead. Er hat noch Gold, ne? Also er hat in seiner Base hat er noch acht Gold-Spots. Nicht mehr voll, aber ein bisschen noch. Das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was wir hier sehen. Pike, mein Upgrade, kommt jetzt auch rein. Obwohl, viel wird er nicht rauskriegen mit der Eco. Baba hat Relics. Ne, dieser Mönch hat hier eine Reliquia, aber hat er noch nicht eingesammelt. Militärmäßig sind wir halt mächtig hinten dran. Ich verstehe nicht, warum die Castle nicht mal fertig gebaut wird. Aber okay. Und ich verstehe auch den Pikeman-Tag nicht. Ich hätte jetzt einfach Food eingesammelt für Hufnice, so ein gut wär's. Was willst du denn mit Pikeman? Deine Arps reichen, um das hier alles wegzurattern. Die Map ist so krass für Archer. Ja, ja. Also Briten sind ja auch ein ziemlich guter Pick immer gewesen, eigentlich im Ranked. Du kannst halt, ah, kannst du immer die Mitte rangen irgendwie und ja. Oh, was ist denn das? No Chance will hier doch noch ein bisschen Spannung reinbringen, wirft zwei Bombard Cannons ohne Not weg, hat jetzt hier halt die Castle stehen. Plus 25% Bonus Damage hat er Bock drauf. Ja, es ist wahrscheinlich der, der kluge Move in Pikes zu gehen, weil wenn du, ich meine, mehr als 60 Arps kannst du eh nichts mitmachen und dann hast du halt was, falls der Gegner auf eine gefährliche Masse an Kavallerie kommt. Ist wahrscheinlich schon ganz vernünftig, aber dann muss er halt auch mehr Eco ballern. Er hat 35 auf Gold, das ist wahrscheinlich ein bisschen viel mit Böhmen. Jetzt muss er hier Mike schroren. Er hat, wie viele Arps hat er hier? Pikeman getaggt, keinen gebaut. Ja, womit auch, wie auch? Jetzt, jetzt kommen die Pikeman langsam aus. Einer Barracks. Well, die Castle geht down, Huawa. Hier hat er sich so ein bisschen neu aufgebaut. Baut weiter, oh, habt ihr das gesehen? Glitch in the Matrix. Meine Herren. Ja, schickt er hier einzelne Pikeman in vier Chefs rein, das da, bringen auch die 25% Bonus Damage nicht. Jetzt kommt hier der, der Go von Huawa und wir haben 31 31 Chefs gegen 47 Arbalest. Bei den Arps ist nur das erste Def-Up drauf, wobei das gegen die Chefs nicht so viel ausmacht, aber die Chefs kriegen das gut gecleared. Das ist ein guter Fight für Huawa, tatsächlich. Das ist ein echt guter Fight und Army Numbers gleichen sich immer mehr an. Das ist jetzt halt wieder so ein Spot. E-Kel-Haft. Ekelhaft. Aber er kriegt die Masse kleiner. Jetzt kommt Light-Cav-Tag ein bisschen spät. Hat auch noch zu wenig Farmen, also da muss mehr Food-Eco kommen. Eng stellen, Regeln. Ja, das ist ja überall, also das ist ja immer so. Jetzt kommt hier der Ram-Go, das ist auch gut. Jetzt werden langsam Pikes geschossen hier. Wir haben 20 auf Food. Kommen auch mehr Barracks jetzt mit der Zeit. Die Castle geht down, okay, das ist schön. Hier bitte mal eine Mühle bauen. Mehr Farmen. Also über Raids kann er das schon auch irgendwie regeln. Hier an der Seite ist nicht offen. Wenn er vielleicht von der Seite nochmal kommt und hier so irgendwie ein paar Stelle baut, das kann alles gekillt werden. Nur wie holt er die Mitte zurück? Die Rams darf er eigentlich nicht verlieren. Stand da irgendwas mit GG? Nee, okay. Oh, was ist denn das? Kann man auch was klicken noch. Ah, kann man rausfiltern. Nice. Schön. So kann man es also ausschalten. Siehst du? Vorhin hat jemand gefragt, wie man es ausschalten kann. Bitteschön. Der Dingo Service. Einfach hier. Klack, 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 klack. Ach nee, eins muss immer. Nee, genau. So hat man alles aus und dann kommt es nicht mehr. Nee, ist nicht Capture Edge Pro. Das ist ein Feature im normalen Capture Edge anscheinend. Coole Sache. Coole Sache. Hier wird gefeiert. Jetzt mittlerweile halber Deer Upgrade drin. Halbs gegen Berber immer eine ganz gute Sache. Weil, naja, was soll passieren? Jetzt hier ein TC auf der Seite von Huava. Und jetzt kommen hier die Raids rein. Eko-Caddy ist besser für Huava. Caddy insgesamt auch besser für Huava. Gold Income viel besser für Rot. Aber Squally für Huava, was? What the hell? Das Ding ist, er kriegt halt niemals die Mitte weggepusht irgendwie, oder? Er hat immer noch ein bisschen Gold Income. Aber das ist, glaube ich, wirklich nur ein bisschen. Nämlich das hier. Ach nee, drei Spots. Vier noch, okay. Das muss er eigentlich alles in Siege investieren. Ja, die Raids hätte er schon die ganze Zeit machen können, ja. Das Problem ist jetzt, dass die, dass das natürlich den Gegner darauf bringt, hey, Moment, der raided mich, ja. Jetzt wall ich hier Stone. Hier ist eh dicht. Aber hier könnt ihr auch nochmal Stonewalls nachziehen und dann ist das wieder auch erledigt, ne, das Thema. Und No Chance kann er erstmal für eine Weile defenden. Der muss ja einfach nur halb spammen gerade. Da ist ihm egal, wie viele Villager er verliert, er baut die halt neu. Ist auch am Produzieren. Das macht er echt gut, muss ich sagen. Ähm, Cannon Gallions. Das wäre noch eine Idee, ja. Ich weiß gar nicht, hat Huawa Chemie, ne, Chemie hat er nicht getecht. Nur Fletching bisher, das heißt, er bräuchte Chemie erstmal, das kostet Gold und er bräuchte Docks, die hat er, einen Dock hat er noch, okay. Also Cannon Gallions könnte hier tatsächlich eine gute Sache sein, nur wo stellt man die hin? Also um die Castle zu rangen, müssten die wahrscheinlich hier sein und da, ja, da kommen die Husar, äh, die, die Hypes glaube ich nicht ran, das stimmt. Flotte wäre die einfachste Möglichkeit, ja, 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 wahrscheinlich. Also Rams kannst du probieren, aber da sind halt Hypes dann, die verteidigen das. Und Traps kannst du ja nicht, das hat dasselbe Problem. Skirmisher jetzt, okay. Ist auch eine Idee. Ähm, Berber haben Full Blacksmith, also von daher sind die Skirms wahrscheinlich eine gute Variante. Husar kommt jetzt, ein teures Upgrade, 600 Gold, Husar gegen Halbs. Aber vermutlich muss er es machen, weiß er nicht. Pike Traps auch schwer gegen zwei Castles, was ist eins, ja. Pike Skirm. Was? Trap Skirm, so, Verzeihung, Pike Skirm, ja genau. Alles gut, herzlich. Drei Felder wirtschaft jetzt von Huawa, also der stellt sich wirklich auf das lange Game ein. Was er mal halt noch machen könnte, was er auch macht, er sammelt die Relics, er baut hier eine Castle, warum da und nicht hier? Na gut. Von mir aus. Und, wofür gibt eigentlich Rot sein Gold aus gerade? Also ein bisschen Bombard Cannon. Und das war's. Also auch, ich meine, Rot könnte auch einfach auf Wasser gehen jetzt und dann ist das Ding für immer vorbei. Na? Aber es scheint wirklich noch eine Weile zu gehen und wir sehen Chemie. Wahrscheinlich eher für die Skirms, aber vielleicht fällt ihm dann ein, dass er ja Bombard, Bombard Gallion, Cannon Gallion Technikön, dann automatisch getaggt hat. Letzte Dev-Up kommt jetzt für die Halbs rauf. Wie viele Ranges haben wir denn, Huawa? Wir haben vier Ranges. Warum produzieren wir keine Skirms? Wir produzieren Skirms. Alles klar, ich hab nichts gesagt. Wir haben jetzt gleich 70 halber Deal draußen. Warum stehen die in der Mitte rum? Warum gehen die nicht einfach hier? Er muss einfach bloß hier rauf gehen, also Rot bewacht das Gold in der Mitte für Blau, ja. So ein bisschen, ja. Also Rot ist mir nicht aggressiv genug, ehrlich gesagt. Oh, jetzt kommt erst Handkahn. Das sind aber gute Ressourcen bei Huawa, ein bisschen viel Wood. Ein bisschen viel Wilds auf Wood. Stein hat er noch ordentlich. Ufnice kommt jetzt rein. Ufnice jetzt natürlich nicht so schön, wenn man es ums geht, ne? Also da kommt keine Freude auf, würde ich mal behaupten. Nach gutem Start das Ding an den Kahn gefahren. Du meinst den Kahn an die Wand gefahren? Aber beide. Also erst Huawa, guter Start, dann gegen die Wand gefahren und jetzt hat Rot eigentlich die Mitte die ganze Zeit und ist auch dabei, das noch ein bisschen gegen die Wand zu fahren. Jetzt kommt hier der Nächste. Oh, hier ist offen. Hier ist offen. Das heißt, hier werden wieder einige Wilds sterben. Bracer kommt jetzt rein. Aber Ufnice sind, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, auch Ufnice sind gut. Die Skirms könnten auch mal ballern jetzt hier. Ich glaube, das wird jetzt der Push. Oh, es ist noch nicht mal Ufnice. So schon gut. Das Ding ist, wenn man die Skirms so stehen lässt, dass die Halbs rankommen, sind die nicht mehr so geil. Dann sind Halbs echt einfach die beste Trash-Unit in the game. Ufnice ist gleich drin. Guckt sie euch an. Die hübschen. Joink. Ja, ein dickes Rohr, du Junge, Junge, Junge. Und jetzt wird hier einfach reingeflext. Tschüss. Das ist halt, das hat einfach einen Onager mit, äh, ist das zwei? Nee, mit 13 Range, ne? Okay, jetzt, das ist unnötig, aber das Gold hat er, ehrlich gesagt. Die Raids hier sind immer noch unbemerkt. Nee, er hat die schon bemerkt. Ab morgen nicht mehr. Ja, die haben doch bloß ein bisschen weniger Damage, oder? Die Range bleibt doch gleich. Und das Splash Damage bleibt doch auch gleich, oder? Macht mir nicht meine Hovenizen kaputt. Also, Halb Raids jetzt hier überall. Splash Damage, waaat? Oh nee, ey. Buh. Das kannst du halt mit Halbs machen, die Area. Also, die Area wird kleiner, oder der Splash Damage an sich wird geringer. Boom. Trifft nix. Wir haben nur noch 100 Pop bei No Chance. Die Area wird kleiner, okay. Na, das ist schade. Ey, sag mal, schmeißt No Chance das jetzt noch, oder was? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Huaba hat Ressourcen, der hat jetzt zwar ordentlich was verloren, der baut hier ein neues TC und dann ballert er wieder Zeug raus, also, jetzt gewinnt Huaba mit Full Trace, das kann eigentlich gar nicht sein. Also, No Chance, kann doch einfach, kann doch einfach Champs gehen, ne? Da killt er einfach alles. Champs, Hufnitzen, ein paar Halbs dabei, er hat ja genug Halbs noch, dagegen, er kann nichts tun. Nichts. Ohne Gold. Außer vielleicht mit 100, mit, selbst, nicht mit 100 Skurms, vielleicht mit 1000 Skurms. Mit 1000 vielleicht schon. Jetzt kommt das Bogen Upgrade, also Huaba hat mehr von der Map, das einzige, den wichtigen Teil der Map hat er halt nicht. Punktlead und 1000 Ress auf der Bank, ja, ja. Was tun? Ja, er kann ja nichts tun, er kann einfach nur Skurms und Husare spammen. Und hier und da mal eine Ram, vielleicht. Hat jetzt mittlerweile drei Relics auch, er könnte die hier noch bekommen, tatsächlich. Full Skurms und auf Mitte scheißen? Ne, ne, auf Mitte kannst du nicht scheißen, eigentlich. Da ist noch so viel Gold, der nimmt ja gar kein Gold auch. 38 Goldspots sind die noch. Mit 24 auf Hut kommen die Champs aber schleppend. Das stimmt wohl. Das ist richtig. Hat auch Wilds verloren, also wir sind bei 89 gerade, nur er muss wieder nachproduzieren. Aber Huava muss mehr Skurms scheppern und dann hier das mal wegkriegen irgendwie. Mit den Husaren braucht er hier gar nicht fighten eigentlich. Kann er eigentlich nur nehmen, um, entweder um Hufnizen zu snipen, da kann er auch mal so ein Stack Husare hier reinwerfen. Das Ding ist, Cannon Gallions sind jetzt auch keine Optionen mehr, weil die Hufnizen halt da sind. Die werden ja einfach weggeballert dann, ne. In so einem Game hat man den Cannon Gallions nicht mehr auf dem Schirm, denke ich auch nicht. Attack Ground hat man auch nicht auf dem Schirm. Ich meine, was Rot gut macht, er lässt sich hier mit den Halbs nicht zu weit locken. Jetzt killt er alle Husare for free. Irgendwann hast du halt auch keinen Bock mehr auf so ein Game. Huava hat hier schon zwei Husare stehen, um zu gucken, wann der offen ist. Nice. Wie viele Hufnizen haben wir denn? Sechs Stück. Der hat unendlich Gold gerade. Und wir sehen nichts. Jetzt kommen hier nochmal Seed Shops. Okay. Ein paar Rams vielleicht. Einfach mal bitte hier reinschießen. Ich will es sehen. Jetzt kommt Wagenburg Tactics, damit werden die Hufniz nochmal ein bisschen schneller. Was ja nicht verkehrt sein kann. Und Huava muss auf 200 Pop kommen, macht er auch. Macht er gut. Wieso keine Champs von Rot? Gut, das verstehe ich nicht so richtig. Das wäre halt der Move, ne? Mit Champions killt er einfach alles, was Huava bauen kann gerade. Merkt euch das, Kinder, für Silk Road und für diese Map. Wenn du das Gold hast und der Gegner nicht, baut Champs. Oder macht gute Hufnizen Shots. Auch keine schlechte Idee. Jetzt kommt wieder ein Ramgo hier, aber die werden einfach von den Hypes weggegrindet. Wenn er aufpasst. Oder von den Hufnizen. Das Geräusch ist schon geil. Also kannst du nix sagen. Das wird wohl doch noch ein langes Game. Ei, 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 ei. Huava hat so viele Ressourcen. Der muss eigentlich per mal Pop Cap sein. Er kann eigentlich noch mehr Produktionsgebäude bauen. Der muss ja die, der muss die Scheiße ja ausgeben. Jetzt hier Friendly Fire. Ich sag, er callt in den nächsten zwei Minuten. Das hoffe ich. Ich muss dringend auf Toilette. Wieder Raids in der Base bei Rot? Ja, aber nur so ein bisschen. Ja, ja. Hat er hier aufgemacht mit Rams? Nee. Hat er nicht? Slow Push ist das von No Chance auch nicht. Das ist super Slow Push. Ah, hier ist er reingekommen. Alles klar. Ich meine, an der Stelle war er halt schon dreimal. Jetzt hat er nicht mehr genug Units hier. Jetzt muss er gucken, dass seine 20 Hufnitzen, die halt echt teuer sind, hier nicht gesnipet werden. Mach doch einfach kurz Pause. Nee, mach ich nicht. Das wird jetzt wohl hoffentlich mehr so lange. Also wenn, wenn wir bei 1,20 sind, mach ich Pause. So lange halt ich noch durch. Ich hab meiner Freundin gerade gesagt, oder vor einer halben Stunde, oder so gesagt. Geht nicht mehr lang, das Game. Kann nicht mehr lang gehen. Hallo, ich will was sehen für mein Geld. Ja, genau. Richtig. Übrigens auch mal Props an euch, dass hier immer noch 40 Viewer da sind. Um 2 Uhr nachts am Mittwoch. Donnerstag mittlerweile. Stark. Einfach stark. Gute Leistung auch von den Zuschauern, muss man auch mal sagen. Und ich hab vorhin scherzhaft gesagt, 8 Stunden Stream, aber es sieht danach aus, als ob es das wirklich so ist. Jetzt war, ich hab mich so erschrocken, genau, als No Chance hat die Games hochgeladen. Und ein Game war 8 MB groß. Und das ist das hier. Ich mach jetzt Pause. Ich bin gleich wieder da. Kleiner Augenblick. Oh, boy. Oh, boy. Ich bin gleich wieder da. 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 Vielleicht schafft das jetzt die... Oh, Gott. Oh, boy. Oh, boy. Geht da keine down? Da ist bis jetzt kein Hofnietze. Elf. Elf Stück. Einer. Okay. Okay, jetzt sind ein paar gestorben. Oh, boy. Oh, boy. Indeed. Ja, mach das. Ja, aber wenn die... Ja, aber wenn die Ärger machen, fliegen sie sofort raus. Eiei, ei, 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 ei. Was für ein Game von Hua war hier. Ich meine, ich meine, er hätte das Minute 25 gewinnen können, hat sich aber dagegen entschieden und der Gegner hat sich auch dagegen entschieden, das zu gewinnen. Also gewinnt es einfach keiner. Ja, ich glaube, das können wir machen. Ich glaube, das machen wir auch, habe ich so das Gefühl. Warten wir mal ab. Mal gucken. Hier kommt die nächste Burg. Two. Okay, okay. Dachte mir schon, dass du das meinst. Hua war jetzt so langsam auf dem Weg zu 100 Farmen. 66 Husare in der Q. Wie gesagt, Hua war braucht mehr Stelle. Er hat auch 8K Wood. Er kann sich Stelle leisten. Er kann eigentlich alles hier voll Pflaster mitstellen. Überall. Alles. Und ich glaube, jetzt gerade ist er dabei, die Mitte zurück zu oben und da kommt das GG. Oh, boy. Und dann müssen wir ins dritte Game. Weil es ist 1-1. Kari verdreht die Augen. What a game. Nein. Das denke ich mir tatsächlich auch gerade. Oh, no. Warte mal, aber war das nicht? War das nicht das 8 MB Game? Ja, ich glaube, das war es. Das nächste ist auch noch mal so lang. Ei, 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 ei. Okay. Das kommt jetzt erst? Bitte nicht. Bitte sag mir nicht, dass das nicht das 8 MB File war. Scheiße. Okay, let's look. Moment. Oh, boy. Oh, boy. Sieht man hier die File Size? In H sieht man die nicht, ne? Okay, Moment. Ich habe mir auch mal neues Wasser geholt, zur Sicherheit. Doch, doch, doch. Okay. Das war das lange Game. Okay, okay. Uff. Wir sehen jetzt also, also erstmal haben wir gesehen, wie Böhmer verlieren. What? Wegen der, ich close das Game, nicht Krankheit sind, bützen auf Arab, keine gute. Ja, zumindest nicht hier in der Elo-Range. Krass, Alter. Berber haben das gewonnen. Eine Stunde ist maximal drei bis vier. Jaja, nee, aber das hat 8 MB, das File. Wirklich. Ich lüge euch ja nicht an. Also nicht ganz. 7,9, 7,8 oder so MB. Ihr könnt ja auf dem Discord gucken. Wieso ist das Rack so groß? Vielleicht, weil Hufnitzen die Dateigröße so vergrößern. Ja, Props auf jeden Fall an Huawei. Also stark gehalten. Stark durchgesetzt auch. Habub sehen wir jetzt. Okay, da sollten wir nicht so ein langes Game sehen dann. Auf jeden Fall ein Hammergame. Mir tut jetzt die Pause richtig leid, weil das natürlich ein bisschen kaputt macht. Aber das geht auf jeden Fall zu YouTube. Für alle, die es nicht wissen, ich habe einen YouTube-Kanal. Ausrufezeichen YT oder ein bisschen runterscrollen unter dem Video-Fenster hier unter dem Stream. Ist auch nochmal der Link. Könnt ihr einfach was haben. Kostet ja nichts, wisst ihr Bescheid. Okay, wir sehen jetzt Habub und wir sehen Mongolen gegen Azteken, denke ich. Das sollte eigentlich easy peasy sein, oder? Und ich habe recht. Wunderbar. Das heißt, let's go, Game Nummer 3 auf einen guten Abschluss in dieser Serie. Falsches Fenster. Hier ist Capture Edge. Alles klar. Ich habe Support auch von den Katzen. Die nerven jetzt hier noch ein bisschen rum. Das macht das Ganze noch viel besser. Huava in blau mit den Azteken. Denke ich eine ganz gute Civ für diese Map. Und auf der anderen Seite No Chance mit den Mongolen. Und der geht natürlich direkt vor. Der Igel ist auch direkt nach vorne. Und wir sehen aber bei Huava beide Boas ziemlich weit hinten. Ein Bohr von Mongolen. Hat er das jetzt abgeschossen? Ne, hat er nicht abgeschossen. Okay. Ein Bohr von Mongolen schon reingeholt. Wenn ich Dingo Dynamite in YouTube eingebe, kommt K-Pop. Echt? Bei mir kommt da mein Channel. Aber du kannst einfach das eingeben. Stefan. Stefan. Nein. Okay, der YouTube-Command funktioniert anscheinend nicht mehr. Okay, funktioniert doch. Der Lame wurde jetzt hier verhindert. Und die ersten HP wurden dem Scout genommen. Steff. Nein. Okay, das macht das Cast nicht einfacher, wenn man hier auf die zwei Säcke aufpassen muss. Rot wird in der Mitte genommen. Okay. Ich glaube, ich komme bei allem K-Pop, egal was. Na gut. Und zweite Bohr wird jetzt geholt von No Chance. Und es könnte sein, dass er so eine crazy Uptime-Archer-Geschichte spielt. Wie die Franzosen das auf den Läufer mal gemacht haben. Wir sind jetzt drei, vier auf Holz. Hast du den YouTube-Algorithmus bei dir so auf K-Pop getrimmt oder was hat die? Und No Chance pusht sich jetzt hier wahrscheinlich alle vier Rehe, beziehungsweise Strauß, beziehungsweise Zebras noch rein. Guava sollte das auch machen. Zumindest ein, zwei mit Azteken. Kann nicht schaden. Je länger das Spiel geht, umso besser, denke ich, die Eko der Azteken. Andererseits muss man auch sagen, Mongolen mit schnell schießenden Kev-Archern ist halt auch eine ganz gute Antwort. Aber da muss man erstmal hinkommen. Also das ist ja eher eine Feudal-Map. Von daher sind wir mal gespannt, was hier passiert. Besonders was für ein Opening wir sehen. Hat Guava-Wan-Will verloren? Denke ich gerade 14. Ja, dann nicht. Beide gleich. Eine Sekunde Idle-Time. YouTube mag kleine Creator nicht. Wenn man nicht genau den Namen eingibt, kommt kein kleiner Kanal bei der Suche. Jaja, das, genau. Das stimmt. Das stimmt. Aber Twitch mag kleine Creator auch nicht, weil Twitch gar keine ordentliche Suche hat. oder irgendwelche Algorithmen, die vernünftig sich neue Sachen entdecken lassen. Kann natürlich sein. Ich habe halt auch selten irgendwelche geilen YouTube-mäßigen Thumbnails, weil ich die Videos direkt von Twitch dahin exportiere und dann ist das so. Und da bin ich meistens voll, noch Thumbnails zu erstellen, weil das Video eh oben ist und gut ist dann. Das trägt natürlich auch nicht dazu bei. Eigentlich muss man immer so Gesichter und wie man erstaunt guckt irgendwie dabei haben. 6 on Sheep findest du zum Beispiel nicht mit 6 on Sheep. Ah, okay, okay. Alles klar. Verstehe. Wawa geht ab mit 19 Pop. Das wären wohl dann auch Archer, weil Scouts kann ich mir nicht vorstellen mit Meso. Aber da müsste er dann mal ekotechnisch umverteilen, weil so viel Food braucht er dann jetzt erstmal nicht mehr. Mit 6 on Sheep findest du ihn nicht, aber mit 6 on Sheep zusammen findest du ihn. Ah, jetzt, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt wird hier umverteilt auch. Zweiter Lumbercamp an derselben Stelle immer ein bisschen ungünstig. Ein Tower hier, Wood denied, ne? Da hast du 200 Wood investiert, um das möglichst effizient zu haben. Es wird sowieso eng für Huawa. Also er müsste jetzt die Barracks bauen mal. Die wird nicht rechtzeitig abgehen, wenn du die mit einem Will baust. Meine Damen Tower. Ja, also meine Damen ist bei Rot, genau. Tower, weiß ich nicht, würde ich aber empfehlen. Vor allem, wenn er sieht, dass das Holz in der Mitte ist und das sieht er jetzt. Da lohnt sich das auf jeden Fall oder da kann man gut towern. Feudal Age jetzt für Huawa. Der kann fast die Range droppen, aber die Männert Arms sind halt auf dem Weg. Small Walls kommen rechts. Oh, das ist wild hier. Okay, bricht er ab, alles klar. Hier jetzt bitte. Boah, war schnell. Ei, die Range. Doch, die sollte hochgehen. Eagle gegen Scout. Der Eagle verliert jetzt natürlich, aber nimmt dem Scout genug HP. Hier kommen allerdings die Männert Arms rein. Oh, und das ist Titanic. Ein Will down. Scout down. Also Eagle Scout down. Sogar vor dem Männert Arm Upgrade schon der erste Will gekillt. Und jetzt natürlich ein bisschen die Map Control auf Seiten von No Chance. Und der kann jetzt hier einfach einen Tower bauen. Die Range kommt jetzt, ist da. Der erste Archer wird produziert. Dauert aber noch einen Moment, bis der dann tatsächlich draußen ist. Draußen. Draußen ist er. Aber es sieht nicht nach Tauern aus, sondern, okay, Archer Follow Up. Das heißt, wir werden unsere Archer jetzt hier hinschicken und dann. Ja. Willis German Kanal kannst du nur über den Link finden. Ich wusste gar nicht, dass er einen deutschen Kanal hat, tatsächlich. Ach, du dachtest, Blau spielt man in den Arms Tower. Okay. Ey, das, also, dafür hat er die, dafür hat er die, ähm, Kaseiner Filzespitz gebaut. So, am PC gönne ich auch ein Abo. Vernünftig. Jeder weiß, Race Freak. Erstmal vielen Dank für dein Abo. Am PC, die Abos, günstiger auf Twitch, als in der Mobile App. Was ich, ehrlich gesagt, Skandal finde, aber es ist, wie es ist. Und wenn man das weiß, kann man ja entsprechend handeln. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Sub. Ja, ja, echt. Das kostet, glaube ich, 4,99 immer noch. Und am PC kostet halt 3,99, also. Jetzt hast du ja am ersten Archer vor. Fletching direkt gedrückt. Mobile, Kassel, Apple und Google mit. Ah, deswegen ist das, ah, okay. Okay, 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 das macht Sinn. Verstehe. Die Welt ist böse. Ja, gut. Also, welcher Mega-Corporation jetzt mal in seine Kohle gibt. Die sind alle böse, ne? Von daher. Aber grundsätzlich habt ihr natürlich recht, die Welt ist böse. Fletching ist drin. Oh, jetzt sogar das Farm-Up drin. Finde ich auf der Map gar nicht so schlecht, weil man eh länger in Feudal bleibt und dann natürlich auch das belohnt wird, dass man halt rauskallergeklickt hat. Dingo einfach bester Mann. Dem ist nichts hinzuzufügen, Dobby. Das stimmt einfach. Und Huava hat jetzt hier echt Probleme, das zu verteidigen. Er läuft nah an die Skirms ran, um die zu killen. Und meine eine Katze will jetzt abhauen. Dingo hat Kontakte. Props, dass du alle Wrecks gehst. Das Patch ist raus. Dingo mit optimalem Einsatz. Freue mich auf das Free-Way-Free-Tourney. Kurze Pause. Katzen nerven. Ja, genau die. Weiter geht's. Ich hätte es auch eigentlich weiterlaufen lassen können, aber ich habe jetzt ein bisschen Angst gehabt, dass Huava direkt resigned. Und dann bin ich halt einfach weg. Vor wie vor confirmed. Nein, es ist nix confirmed. Da kommt das GG. Wie ich gesagt habe. No Chance. Gewinnt. Das Set. Habe gehört, vor wie vor das offizielle Glückwunsch, Dingo. Danke, Tomsky. Sehen wir dich noch in Action? Ne, ich hau jetzt ab ins Bett, ey. Ich bin heute auch irgendwie... Gut, ich bin gar nicht so früh aufgestanden, aber... Ja, trotzdem. Mich sehen wir heute nicht mehr in Action. Ihr habt genug Action von mir bekommen heute. Ich danke euch auch für... Was bin gleich.